ich hab jetzt akustisch nicht verstanden jetzt was wie bei den werter wahrscheinlich am besten am besten wenn alle zusammenarbeiten das heißt die gegner würden nicht auf dich schießen und am besten auch nicht mit der pistole sondern mit einer effektiveren waffe ich habe nur die pistole gehabt wie gesagt der ist ja gerade gegner hatte ich also ich würde jemand an der stelle ja ausweichen jeder hat jetzt mit der gerannt ich habe mich dann im rücken gewischt ich war ja weg eigentlich nur ja nachdem du er praktisch auf dem zu gerannt ist und ihm versuch das wieder bis zurück zu erschießen war schon ja ich habe auch den gegner wach das gas nähert sich ich schlage einen auswechsel vor ja das war ja ja macht ja doch den feind es ist gut wenn ich zu dir komme ich bin sicher oder gut gut nicht gut Hm? also du hast ja schon mal 2343 youtube die können hier alle nur beleidigungen alle alle zusammen das sind alles nur fick dich hier fick dich da hurensohn hier hurensohn da ist es zum kotzen hier kann keiner einfach mal ordentlich miteinander reden ich habe gar nicht mitbekommen was überhaupt passiert ist ich habe hier gerade zwei erschossen engländer und da kam gleich wieder oh you wanker you wanker meine fresse aber das immer so auf eine deutsche trifft wenn die deutsche trifft hier die 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 mikrofon annahm ist immer das gleiche deutsche die fresse du hurensohn ist das erste was kommt der andere wurde mir uns beide geholt haben in der einen runde haben wir und natürlich der andere aber da haben sie keine beleidigung rausgehauen also ich weiß ich war ja da auch ziemlich machtlos es ist ganz ganz selten dass ich hier mal wirklich lustige unterhaltungen mit leuten hatte weiß man kann sich ja man kann sich doch einen spruch am kopf werfen aber das kann doch witzig sein man muss doch nicht immer wieso ein assi reden weiß ich mein was auch ganz spät ist ist betrifft hier massenweise franzosen unfassbar ja sowieso franzosen das habe ich halt jetzt auch schon gemerkt die markiert feindliche drohne aktiv was ist es geht euch jetzt zur sicherheitszone Was ist das? Okay. Ja, das hörst du öfter mal. Ich versuche nur, mich Stück für Stück Richtung Zone zu bewegen. Nein, es folgt dir auffällig. Auto, komm hier. Ja, ich weiß, dass ich da lang gefahren bin. Ja, der hat auf jeden Fall mich gehört, als ich das gerade gesagt habe. Der hat nämlich gesprochen. Gefühlt war es ein deutscher. Aber ich weiß nicht genau. Ne, das war kein deutscher. Ich habe nur, eu, eu verstanden. Mehr habe ich nicht, also was er gesagt hat. Ich weiß nicht, aber... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder reingeht. Oder überhaupt irgendwas geht. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet. Schaltet sich die 3-5-10-14. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Schaltet alle Ziele im Team. Geist alle Ziele im Einsatzgebiet aus. ja das macht doch schon sehr viel aus was für die freude ich kann ja nichts dafür dass du 30 kilometer vorm ziel abspringen stehe ich dann nur mal alleine gegen zwei teams ja ja Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Jetzt fängt alles von dir ab. Bist du wieder zurück? Ja, du bist zurück, ne? Ja. Ja. Hier ist auf jeden Fall immer Fallpräsent, aber ich kann es alles nicht sehen. Da unten ist einer. In dem Gebäude da, oder was? Da, wo ich markiert habe. Ja, ja. Das ist in Nürnberg. Das ist in Nürnberg. Das ist in Nürnberg. Ja. Okay. Das ist in Nürnberg. Das ist in Nürnberg. Ja. Das ist in Nürnberg. Das ist in Nürnberg. Das wäre besser. Das wäre besser. Das ist in Nürnberg. 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 so du bist nach der also ich könnte feinde sein weil hier ist ein auto gerade durch und da steht das gas nähert sich erreiche die neue sicherheitszone hast du die kart geschmissen bei der ich hab was ausprobiert feindliche drohne aktiv verbündete ausrüstung dieser um unterwegs wir haben noch knapp 100 spieler online also jetzt aktiv gerade jetzt geht es ein bisschen runter das team hat die sicherheitszone betreten ja es war zu erwarten dass wir hier schon drin waren ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Geh in diese Richtung. Ich nehme den Werfer mal mit für den Fall, dass irgendwas... Ich lasse mich 5% bis rechts von dir. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Okay. Ich finde sein... Das Team ist in der Sicherheitszone. Okay. 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 Das war's für heute. Das Gas näher sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Feindliche Drohne aktiv. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. LNG markiert. Nehmen wir mal mit. Ich lass den Werfer hier liegen. Ich weiß drauf. Ich weiß drauf. Ich weiß drauf. Ich weiß drauf. Jetzt ist das eine Geisterstadt. Nein, 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 nein. Das machen wir aber nicht, Kollege hier. Das machen wir mal nicht. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Das Gas dreht sich aus. Das Gas dreht sich aus. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Das Gas dreht sich aus. 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 Ich muss auch mal weg. Ich muss auch mal weg. Du verlierst Atom. Oh man, Darstetter. Ja, 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 ja. Aber so weit haben wir es auch nicht gemacht. Ach man. Na gut, aber wie gesagt, dann habe ich ihn durchgehalten. Sam? Sam? Ja, wir filmen. Hallo? Ich bin arm. Jedenfalls. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin arm.